Wir legen los! Oh mein Gott! Viel Spaß! Okay! Wow! Ich seh nix! Das ist ein bisschen zu viel! Und wie ist das, wenn man keine Sicht hat? Ja gut! Ich mach nächstes Mal wieder ein bisschen höher dann! Das ist so eine Runde Dark Mode! Eine Runde Dark Mode! Es ist... Legit Dark Mode! Alter! Was ist denn los? Dark Mode! Jo! Alter! Ich werd gespawnt und bin schon wieder tot! Das sieht ja gar nichts! Wenn das Licht aus ist, ist das krass! Ich mach mal meine Task! Ich chill mein Leben! Kann ich mal meine Aufgabe machen? Das ist ja fucking terrible! Ja, ich hab sie gerettet! Ja! Oh mein Gott! Skyzy! Ich hab deinen Arsch gerettet! Das ist ja crazy! Aber auf der Map gar nicht so schlimm, glaub ich! Weil du siehst trotzdem alles, was du sehen! Also du kannst den Gang sehen! Das ist, glaub ich, nicht schlecht! Ja! Ich sehe Kameras! Hier passiert was! Besser hat alle gewendet! Besser gewendet! Besser gewendet! Das ist ne Quest? Seit wann ist das so? Seit wann gibt's die? Oh mein Gott! Okay, hier hin muss ich? Alles klar! Alles klar! Alles klar! Ey! 0,25! Ich dachte, das ist es! Jo, Alter! Die Knarre! Aha! Mhm! Selber Award! Ich kann! Ja! Ich hab absolut keine Ahnung! Ich hab nichts gesehen! Wo wurde die gefunden? Ähm, die Leiche liegt neben den Camps in diesem Raum, wo dieses Zählen ist! Hä? Hä? Wo? Was? Okay, da hab ich nur Tim gesehen in der Nähe! Das ist ein Rare-Moment, an dem ich Moly saven kann! Okay! Nice! Leute, ich bin kein Imposter mehr, okay? Und Maluna war's auch nicht! Und ich weiß nicht, wer noch da ganz rechts war! Äh, Sky, sieh was los? Äh, Nina! Ich bin bei Cosmications! Ecker! Achso, okay! Äh, kurze Sache! Ich bin Scientist! Darf ich das sagen? Na klar! Du bist Scientist? Ja, und äh... Genau! Ne, ne, ne! Ich kann die weiter sehen! Also, Timid ist übrigens auch gestorben und das recht früh, nachdem das Licht wieder angeht, ging! Mhm! Aber wir wissen nicht wo, oder? Ja! Ich weiß nur, dass er dann gestorben ist! Haben wir nirgendwo! Ja, das war Bart gerade geschrieben, plus Einsig! Ich hab Bart, Feister, Mother, Crunchy, hab ich alle rechts gesehen! Ja, auch rechts! Die einzigen, die mir fehlen, sind Emmi, Tim! Ja, links als rechts! Tim war halt... Ich bin Atmen! Ich bin Atmen! Für Tim, Sassen, für Timid! Warum das? Einfach so! Du hast gesagt, man sollte ihn töten, ist Ronald, als erstes! Wow! Ja, Mann, weil wir uns necken! So oben! Okay, ich war in dem Raum oben, ich hab gezählt, und dann bin ich runtergegangen, und dann, äh, hab ich da Report gesehen, Report-Button, hab die Leiche gesucht, die ist unten auf dem Vent. Also, entweder wollte der Engineer oder Imposter zeigen, dass er wenden kann vor Lumi oder so, und hat sie dann gekillt, oder... Bei Reaktor? Keine Ahnung! Ähm, in dem Raum unten! Also, in dem Raum bei den Zielen! Bart, Bart! Bart, Bart! Bart, Bart! Bart, Bart! Hat man gesehen, oder? Ähm, letzte Runde, ja! Hey, wer war das? Okay, wir waren bisschen strong unterwegs! Oh mein Gott! Ich... War das mein Game? Aber schmeißen wir jetzt so vierten Müll weg? Ich weiß es nicht! Kann man ja gleichzeitig machen! Nein, 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 nein. Machen wir aus Versehen einen Screenshot. Ist das krass. Es war eine solide Ausrede, sagen wir so. Ich stelle mich hier hin. Ihr merkt euch, wer an mir vorbeikommt. Und ich hole mir einen Joghurt, ja? Ich bin gleich wieder da. Wie Bart da schon wieder drinsteht und du darauf wartet. Chat, was gibt es bei euch heute? Äh, hä? Ich kann nicht reden. Chat, was gibt es bei euch heute zu Abendessen? Haut mal raus. Feister muss raus. Feister redet immer zu viel. Ich habe ihn verlangt, allein rumzulaufen. Ich bin dann so fast, glaube ich. Ja, ich check schon, Max. Ich glaube, ich darf wirklich nicht ... Ich glaube, ich tryharde zu sehr gerade in der Lobby. Checkt ihr? Aber ich finde tryharden geil. Ich stelle mich hier hin. Ihr merkt euch, wer an mir vorbeikommt. Und ich hole mir einen Joghurt, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich bin sofort wieder bei euch. Ihr kriegt das hin, ich glaube an euch. Ab jetzt bitte 10. Ich kann Feister auch nicht vor Camps töten. Ich bin tot in 3. 2. Ah, Emi, los, los. Reporter, oben. Reporter, oben. Nein, nein, reporter oben. Da oben, da oben bin ich. Ja, du hast mich doch ... Doch. Aha. Wieso sind immer so schnell so viele tot? Ich kann nichts sehen. Ich hab gar nichts gesehen. Ich hab einfach mal den Support-Button gesehen. Same. Ja, ich kann auch sonst nichts sehen. Hat jemand bei dir Kanalpunkte eingelöst, Emmi? Nee, ich bin nicht... Also, ich glaube, du kannst das nicht faken. Wieso? Sie hat so Brille abnehmen als Kanalpunkte. Achso, ja. Security auf jeden Fall. Also, ich glaube, Emmi ist Proof für mich zu 100 Prozent. Weil dieses, ich kann nicht sehen Gefühl, das kannst du als Imposter nicht relaten. Gerade. Zu 100 Prozent. Check. Hä? Ich dachte, alle können nicht sehen. Also, Mina und ich standen an der Müll-Task unten, als dieses Ding-Dong anging. Ding-Dong. Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Sandmann, danke für die Glückwünsche. Nee, ich war bei Mini-Moli, als wir in diesen Dings waren. In Admin. Ja. Aber die Runde ging jetzt nicht so lange, dass man sagen kann, dass da genug Zeit vergangen ist, oder? Was hat Tim gemacht? Ich bin in Light, ich bin grad Richtung Light. Wegen Licht aus. Ich war relativ lange mit vielen... Ach, da bist du wieder zu denen, Tim. Ich seh nichts. Ich bin auch keinem ge-crossed. Ich bin aus Admin raus. Da bin ich vielen ge-crossed. Ich glaube, ich bin in Admin. Ich war überlang an der Lifeline. Also... Ach so, und was hast du nach der Lifeline gemacht? Als das Licht ausgegangen ist? Also nicht Lifeline, sondern Admin warst du ja. Und dann? Na, als das Licht ausgegangen ist, bin ich dann runtergegangen. Und zum Licht. Hm. Mhm. Aha, aha. Die Schlinge zieht sich zu. Also müssen wir aufpassen, die Imposter killen sofort, wenn der Countdown unten ist. Und ich stehe mir jetzt mal zwei. Hm. Wer hat mich gevotet? Keiner sagt was. Oh mein, die Schlinge zieht sich zu. Oh mein Gott. Man sieht da nichts. Die Marshmallows. Vegane Marshmallows. Wie geil ist das? Übergeiler Scheiß. Aldi is popping off, so. Ich hab so Bock, so S'mores da mal drauf zu machen. Digga, ich sehe hier nicht! Nee, ich bin noch nicht so confident, dass ich hier easy was hole. Chat sagt grad, ich hole das easy, aber ich bin noch nicht so confident. Perfekt. Starke Spiele an der Stelle von mir. Habt ihr auf Windows XP früher mal Daten verschoben? Das hat immer so ewig gedauert, das war verrückt. Badababada. 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Ah, 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 ah. I'm a big sucker on the ground roof. Ich muss mich ein bisschen proven eigentlich. Jetzt bloß nicht On-Camp wenden oder so eine Schweine-Sache machen. Never vote on seven. Ich muss überlegen. Also bei sechs muss man voten. Ja, ah, ja stimmt. Wenn man bei sieben votet und der Vote falsch ist und zwei Impostors übrig sind, dann ist Double Kill und Over. Genau, so ist das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, fünf. Ein dummes Stück Scheiße! Wenn irgendjemand mich hier drauf sieht, dann weiß ich, es ist ein Impostor. Oder? Also kann jetzt natürlich sein, dass die Person auch reinkommt und mich einfach tötet. Geht auch. Oh, Crunchy. Oh, 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 oh. Hä, warum kann ich gerade nicht Licht machen oder so? Oh. Sie könnte auch engineer sein. Das konnte ich Ihnen gerade usen. Ah. Habe ich es gesagt oder habe ich es gesagt? Oh. Hm. Oh. Das ist irgendwie mega scheiße, ja, das ist gerade irgendwie, fühle ich mich hier gerade nicht so mit der Gesamtsituation. Okay, wer wurde gefunden? Ähm, ich habe Mini gefunden und reported. Wo? Ähm, zwischen Kameraraum und dem anderen Raum, in der Nähe von der Tür. Okay. Okay, pass auf, ich muss jetzt kurz einen Call machen, ja? Ähm, ich war gerade mit Bart atmen. Ähm, ich bin rausgelaufen, Crunchy ist rein. Das war noch nicht mal eine Minute her. Ähm, und, äh, Crunchy, wo bist du? Aber ich bin runtergelaufen. Weil Bart ist tot. Okay, habe ich nicht gesehen. Kann ich nicht safen. Habe ich nicht gesehen. Achso, ja, ich sehe eh gerade nichts, weil, also die einzige Sache ist, dass ich bin mit Amy am Anfang richtig lang rumgelaufen. Das stimmt. Ich dachte auch. Genau. Und dann, ähm, ich weiß halt, da ist doch noch ein Event, oder? Da irgendwo? Ja. Glitzerfusselchen, vielen, vielen Dank. Auch keine Ahnung. Dankeschön, dankeschön. Sie hätte mich auf jeden Fall vorher schon killen können. Deswegen, ich hätte nur gedacht, du hast jetzt jemanden gesehen, der Bart vielleicht gekillt hat. Naja, die Sicht ist ein bisschen schwierig. Wir müssen die unbedingt höher nehmen. Also ich habe zeitweise auf jeden Fall nur Amy und Bart zusammengesehen, aber das ist halt auch jetzt schon ein bisschen her. Also ich kann es jetzt nicht. Ja, deswegen. Okay, Skye, wo warst du zuletzt? Ich bin gerade, ja, erzähl du ja. Ich bin gerade bei Mad Bay. Mad Bay. Okay, ich war bei Security, habe Tamina getroffen, bin dann Lower Engine runter und dann zu Storch und habe Müll gemacht. Genau, dann ging auch der Reaktor an. Davor war ich noch in Electrical und das war so ungefähr 30 Sekunden, bevor dieser Reaktor gerade anging. Und da habe ich den Tod gesehen von, ähm, von, wer war es? Von Mini Moly. Auf meiner Scientist Vitals. Weiß ich nicht. Oh! Ja, das war richtig. Oh mein Gott. Weil jetzt, wenn man nichts sieht, das ist halt, ist hart. Ja, ist ein bisschen schwieriger. Sei gegönnt den Leuten, den Leuten. Ich muss jetzt mit Crunchy rumrennen. Ich muss mit Crunchy jetzt rumrennen. Oh, ich leg drücken bei der Tante. Man sieht halt gar nichts, nichts. Also nichts, gar nichts. Wir haben Among Us gespielt und niemand hat etwas gesehen. Die dunkelste Among Us Runde der Welt? Ich versuche gerade YouTube-Titel mir zu überlegen. Ich, 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 ich klammer mich jetzt an irgendwen. For real. Ich habe das Licht zu früh gemacht, glaube ich. Ich habe das Licht zu früh gemacht. Oh, ich habe das Licht verkackt. Slade. So, ich muss jetzt einmal, ich muss jetzt mal ein Machtwort sprechen. Wir müssen was machen. Und zwar, ich werde jetzt ein bisschen Meta-Game. Aber, warum würde Tim die Runde laufen lassen, wenn das Licht so schlecht ist und nicht eine neue Runde starten? Oh, was? Okay, da ja. Hä? Weil ich schon mit allem klargekommen bin. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich. Ja, da bist du mit allem klargekommen, I see. Okay. Ist ja keine Disconnect. Ich sage mal so. Wenn ich sonst Among Us gespielt habe, war die Wish, ich wusste ja, ich habe noch nie die Settings gemacht. Wenn ich aber bei den Amis Among Us gucke, dann ist die Vision tatsächlich so. Deswegen habe ich mich nicht beschwert. Die ist da. Also Tim, du warst mir auch von Anfang an sass. Tim, du bist als erstes auch gestorben. Warum bist du aber jetzt so aggressiv? Du versuchst auf jeden zu schießen. Weil wir halt sonst verlieren. Also ich glaube, ich glaube, Mazat ist, oder? Ja, vielleicht will sie auch nicht verlieren. Naja, Tamina, vielleicht will sie nicht verlieren und macht den Button, um zu pushen. Moment, wenn ich verlieren wollen würde, weil ich Imposter bin, dann würde ich ja gar nicht den Button drücken. Ja doch, vielleicht willst du. Das ist ja ein Mind-Game jetzt hier gerade, jemand noch raus zu voten und dann müssen wir nur noch eine Person. Naja, vielleicht hat ihr Maid auch einfach dieses Licht verkackt. Das hätte man viel später machen müssen. Und jetzt nutzt sie den Button, um jemanden rauszuhauen. Oh. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das Aktivieren, glaube ich, aber es ist nicht mit einem Metal-Game. Also wir müssen eigentlich auch auf Risiko voten, tatsächlich, weil sonst ist eh vorbei. Ja, ich habe Sky-Cy gevotet, bis wir sind das Kanal. Ich gehe auch auf Sky-Cy. Sky-Cy. Tim, es ist Tim, Leute. Du bist es selber, Mazat. Versteckt euch vor Mazat. Es ist Tim. Sky-Cy. Ab auf Sky-Cy. Es ist Tim. Digger. Was macht ihr denn, Leute? Es ist Tim und Emi. Du bist es selber. Du und Emi. Mhm. Okay, nehm ich es. Fuck. 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 Was mache ich denn jetzt? Reaktor wäre gut. Reaktor. Wie viele Sekunden habe ich denn? Warum können sie schon Button machen? So, wir machen das jetzt nochmal hier, okay? Bitte. Ist das krass. So, Leute. Also, nachdem ich die Reaktion jetzt gemerkt habe von Tim, wie er sich eingeschossen hat auf Sky-Cy, ist es nicht Sky-Cy. Und da Emi mitgeholfen hat, die sonst übrigens, wenn euch aufgefallen ist, die letzten Games immer ruhig war und sehr viel geredet hat jetzt im Schnitt. Oh, tschu. Ja, also, ich bin's vermutlich nicht. Also, das ist mir hier sehr viel Metagaming, muss ich sagen. Also, ich weiß. Aber ich spür das im Urin, Leute. Okay, ich vertrau mal Saturin. Ich vote Tim. Ich nicht. Warum denn? Obviamente nicht. Emi hat einen Random Call gemacht. Ich bin raufgegangen, um mich selbst zu schützen. Wenn ich eine Reaktion wissen wollte, Junge Tim, als ob ich Sky-Cy gewotet habe. Könnte auch Crunch immer noch sein, ne? Aber ich weiß es nicht. Jetzt guck mal jetzt, was ich als ob ich Sky-Cy gewotet habe und so ein Scheiß. So, jetzt hast du mich nicht gewotet. Aber sagst du erst mal. Ist mir egal, ist mir egal, Leute. Macht, was ihr wollt. Ihr müsst lernen. Ein, zwei, drei. Gänsehaut. Also, ich bin nämlich auch der dritte Imposter, aber ich glaube, das ist Tim. Ich glaube, du bist wirklich dritter Imposter gerade. Du dachtest, ich bin Imposter gerade. Ja, bist du ja auch. Sag ich doch. Warte. Okay. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Ich merke es nicht. Aber es können ja nicht drei sein, oder? Ich bin, um meinen Arsch zu retten, weil ich gut war und bin auf Sky-Cy gehoppt, als er mir das gesagt hat. Weil wir so kurz vorm Voting-Ding waren. Ja, aber das ist so random. Also, ich habe nichts gemacht und das ist so unter so random. Aber ich muss ja meinen eigenen Arsch retten. Nein, ich wollte nur, weil man springt immer auf, damit man so jemanden rauswortet. Aber Emi ist auch gerade okay. Nein, ich wusste ja, dass es zum 3-3 dann kommt und dann fliegt keiner. Wo kann ich's Hass sein, wenn der Kim mit Bart passiert ist und ich dich mit Bart gesehen habe? Dann bist du eher du, Sas. Äh, ja, nee, das ja nicht, aber insgesamt ist es ja irgendwie, also schwierig. Ja, ich kall einfach Crunchy raus. Schweine, Alter. Schweine sind das. Schweine! Crunchy, oh nein. Ich habe mich verplappert. Ich habe mich verplappert. Alter, aber wie schnell kann man denn den Button machen? What the fuck, Alter? Ey, wenn Mars hat mich killt, dann gönne ich es ihr vom Herzen, wirklich. Ich gönne es ihr vom, vom, voll ganz im Herzen. Ich glaube, Button ist auch zu hoch eingestellt. Ich glaube nicht, dass es Sky-See ist, irgendwie. Und ich glaube, da wir gerade zu viben, ähm, dass Tim der richtige Call war. Die machen ja jetzt ein Button nach dem anderen. Ja, mach eine längere Mindestdauer rein und nur noch einen. Ja, das ist schlau. Ich sag mal, Sattat hat geisteskrank hier in Chat gelesen. Das ist ja so funny. Es ist Tim, es ist Tim. Leute, ein bisschen Metagaming. Ja, Shiri, ich glaube, es ist vorbei. Wo muss man hin? Wo muss man hin? Ja, so ein besserer Teammate, wenn man einfach checken wird, was man machen muss. Oder Crunchy. Ja, Crunchy war mein Zweiner-Verdacht neben Emi. Oh mein Gott. Ja, Crunchy fliegt ja sowas von jetzt. Scheiße. Gut, also einer kostet das safe raus. Das Ding ist, ich habe halt gerade Crunchy gesehen und Masat liegt halt tot vor diesem Ding. Ja. Wo? Ich glaube, Emi kann es nicht gewesen sein, es sei denn, die ist irgendwie krass weggewendet oder so. Ich halte meine Maul, ich habe keine Ahnung, ich bin so scheiße dumm. Ich bin gerade hingelaufen und habe dann reportet. Nein, ich habe reportet. Wir haben von uns. Warte, du bist weggelaufen und dann hast du hin. Hä? Ich habe doch aber zuerst reportet. Ich habe doch reportet. Ich habe doch, nee, ich habe doch Megafone. Ich habe reportet. Okay, what the fuck, dann habe ich gleichzeitig gedrückt. Upsi. Ja, das kann gut sein. Aber du hast davon weggelaufen. Ich verstehe nicht, warum man weg von Dings läuft. Warum bist du weg von Coms gelaufen? Weil ich Angst hatte, alleine hinzugehen, deswegen habe ich gewartet, dass Leute kommen und dann halt irgendwie zu laufen. Ja, aber wenn jemand hingeht, dann sind wir halt eh alle am Arsch. Ja, aber es hat sich für niemand das obere gemacht. Also ich war die Einzige, die den Atmen das untere Ding gemacht hat. Von den beiden. Ja, alles gut. Ja, sie vertraut, es ist crunchy. Hä? Ich habe aber... Oh mein Gott, wir hüten der rote M&M. Weitere, wir sind doch so weit oben. Oh, ganz kurz. Stopp, hä? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nee, also das Ding ist, also offensichtlich ist nur noch eine Post da drin, weil wir nur noch zu viel sind und das ist noch nicht vorbei. Also... Ich habe kurz frontal Lob entwickelt vom Gehirn. Ich wollte nicht alleine hinlaufen, weil es halt der sichere Tod ist und habe dann lieber direkt verwartet, dass halt jemand dann mit mir kommt, um das halt zu machen. Okay, actually, ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur nicht, dass es Tamina ist safe nicht. Ich sage nächste Runde gar nichts mehr, weil ich bin es nicht. Werde ich gleich sehen. Also ich habe M nicht gesehen und Mina anscheinend... Nee, du hast mich doch gerade eben mit Tamina gesehen, wie wir da hingelaufen sind. Nee, ich habe Tamina gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Also die, also es kann sein, dass du mit dabei bist, aber ich habe es nicht gesehen können, dass du da warst oder ich bin blind, I guess. Aber wieso kann Amy das dann sehen? Weil sie mir erwischen hat. Was passiert hier, was passiert hier? Oh, Leute, ich habe so Panic. YOLO. Ja, GG oder nicht? Nee, das ist nicht GG. 3 in Error ist ja fein, ja, absolut. 2 verloren. Okay. Okay. Ich sage, weil... Ich stelle höher. Ich stelle höher. Das ist aber auch risky. Boah, das war ultra risky, ja. Ich habe gesagt, gerade... Wenn ihr das sehen, habt ihr das jetzt kommt, ne? Maser, das war smart. Aber ich habe auch nicht... Ich wollte auch... Tims Argumentation davor war auch zu... Es war zu anders als sonst. Du kleiner Ratze. Hallo, Timmy. Wenn ihr Impostor seid, müsst ihr Timbe töten. Tim. Oh, mal, als ob ich das jemals machte. Boah, ich bin mir froh, dass ich nicht verkackt habe gerade. Ich bin so tschüss, dass es jetzt wirklich Emmy ist und wir falsch gewartet haben. Ey, ich sage gar nichts mehr wirklich. Ich habe dir so gerade getrachtet, Emmy, du brichst nicht. Ich fühle es aber so sehr, weil er hat die ganze Zeit Angst und verkackt. Als ich Tim voten wollte, war eigentlich mein Verdacht Crunchy, weil sie so ein bisschen so reingestreut hat. So, ja, weiß ich jetzt nicht. So, sie hat ein bisschen unaufwärtig versucht, abzulenken. Aber als dann Emmy angefangen hat, auf Skicey zu schießen... Ja, da war ich auch so... Ich wollte doch nur die Meinung von Tim beten. Achso. Das hattest du uns vielleicht sagen sollen dann. Hab ich doch gesagt, das hab ich gesagt. Ja, das hab ich gesagt, das hab ich gesagt.